Hey Leute, was geht ab? Hier ist Cynex mit einem weiteren Video und heute zeige ich euch mal wie es bei mir behind the scenes aussieht. Ich zeige euch mein Gaming Setup, zeige euch womit ich zocke und womit ich arbeite. Und stelle euch mein Gaming Gear so ein bisschen vor. Und wie ihr seht, ist das Video hier ein bisschen aufwendiger als diese typischen Setup-Videos, wo man mit der Kamera so brennt. Ich habe hier mit einer richtigen DSLR gearbeitet, habe mit einem Stativ gearbeitet, werde viele Schnitte machen und euch das Ganze auch grafisch so ein bisschen aufbereiten. Habe hier richtig, richtig lange dran gesessen, als würde mich wirklich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn es euch gefällt. Und ansonsten alles, was ich hier heute vorstelle, werde ich unten in der Videobeschreibung verlinken. Es werden Amazon-Links sein, das heißt, ihr könnt euch das Ganze dann gleich angucken. Und wenn ihr generell irgendwelche Fragen habt oder sowas, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare, ich werde alles beantworten. Und ansonsten würde ich sagen, fangen wir direkt an mit meinem Setup-Video. Und zwar benutze ich zwei Monitore, wie man schon sehen kann, damit möchte ich gerne anfangen. Der rechte Monitor ist mein Hauptmonitor von BenQ. Hier die ganz lange Versionsnummer, möchte ich jetzt nicht vorlesen. Das ist ein 24-Zoll-Monitor, ist also ziemlich groß und ich bin ziemlich zufrieden damit, so lange habe ich den noch gar nicht. Das ist auch mein Zockermonitor, das heißt, meine Xbox ist da auch dran angeschlossen. Ich muss einfach nur zwei Klicks machen und dann kann ich darauf auch schon zocken. Das ist aber nur zwei Millisekunden Reaktionszeit, hat der Monitor, deshalb ist der sehr gut zum Zocken. Und ich verwende den einfach richtig gern. Und mein zweiter Monitor ist auch mein alter Monitor, den hatte ich halt davor verwendet. Der ist hier links, das ist einer von HP, 2310i. Und das ist, glaube ich, nur ein 23-Zoll-Monitor, ja genau. Und der ist richtig praktisch, zum Beispiel beim Streamen oder so. Da hat man zum Beispiel links halt das ganze Chatfenster und so das Stream-Programm. Und rechts kann man trotzdem zocken. Oder wenn ich ganz normal zocke, habe ich ja meinen PC nicht mehr an den Hauptmonitor angeschlossen. Dann habe ich links trotzdem noch irgendwie YouTube oder so. Zum Schneiden ist das auch ganz praktisch. Dann habe ich geradeaus mein Bearbeitungsprogramm und links habe ich das fertige Video. Also es ist richtig praktisch. Ich möchte meinen Dual-Monitor-Setup, also meine beiden Monitor gleichzeitig an meinem PC, möchte ich gar nicht mehr missen. Das ist einfach richtig geil. Ich kann es nur jedem empfehlen, falls ihr irgendwie die Hände an einem zweiten Monitor oder so kriegt. Versucht das mal anzuschließen. Man arbeitet damit einfach viel, viel schneller und es ist richtig, richtig geil. Wie gesagt, meinen BenQ kann ich auf jeden Fall empfehlen. Der HP-Monitor, der linke, der ist schon ein bisschen älter. Und wie man sehen kann, spiegelt auch richtig schlecht. Also er spiegelt richtig gut und was richtig schlecht ist, weil ich direkt neben dem Fenster sitze. Und ja genau, also als nächstes kommen hier meine Boxen. Das sind richtig, richtig teure Boxen. Creative Gigaworks T40-2-Lautsprecher. Ich habe mir der Simon von den Turtle-Tubes empfohlen. Wie gesagt, unglaublich teuer, aber der Unterschied von der Soundqualität. Ich bin eigentlich nicht so ein Nerd, der so wirklich gute Sounds braucht, aber das hört sich so richtig gut an. Und obwohl die richtig teuer waren, hat sich das gelohnt. Ich habe nämlich vorher die Lautsprecher aus meinem alten Monitor benutzt. Und das waren also richtig schlechte Lautsprecher, weil die einfach nur aus dem Monitor hinten rauskamen. Und jetzt der Unterschied ist einfach nur richtig genial. Und wenn man Filme guckt oder Musik damit hört, ist das einfach ein Riesenunterschied. Und es hat sich richtig gelohnt, auch wenn die richtig teuer waren. Als nächstes meine Tastatur. Und zwar ist das eine Logitech G110 Gaming-Tastatur. Die habe ich jetzt schon seit fast drei Jahren, also seit Ewigkeiten. Bin aber super zufrieden damit. Tasten werden jetzt aber nach einer Zeit richtig, richtig schwergängig. Und das liegt daran, dass da so ganz, das ist bei jeder Tastatur so, da sind so Gumminoppen drunter. Und nach einer Zeit, wenn man die irgendwie 50.000 Mal oder so gedrückt hat, werden die halt irgendwann relativ schwergängig. Das heißt, nach drei Jahren möchte ich die Tastatur jetzt auch irgendwann mal austauschen. Aber versteht mich nicht falsch. Wenn ihr eine Gaming-Tastatur gebraucht, die G110 ist richtig geil. Hat oben rechts so ein kleines für Medien oder so. Kann man einfach Stop drücken oder einfach muten. Richtig genial. Und halt auch links hat man so Makro-Tasten, die man quasi nie verwendet. Aber die sind auch ganz praktisch teilweise. Und ich möchte mir jetzt aber als nächstes wahrscheinlich eine Razer Black Widow holen. Und zwar ist das eine mechanische Tastatur. Das heißt, da passiert eben genau das nicht. Egal wie oft man drückt. Ich glaube, da kann man fünf Millionen Mal oder so auf eine Taste drücken. Und dann sind die immer noch genauso beständig, diese Tasten. Das liegt daran, dass da keine Gumminoten drunter sind, sondern der Druckpunkt wird mechanisch bestimmt. Falls euch das interessiert, ich verlinke unten einen Artikel. Ich finde es richtig geil. Vielleicht mache ich da auch mal ein Video drüber. Finde ich richtig geil. Auf jeden Fall meine nächste Tastatur wird eine mechanische Tastatur. Ist dadurch ein bisschen teurer. Aber damit kann man auch viel besser schreiben, weil man eine viel bessere Resonanz beim Tippen kriegt. Richtig geil. Wenn es euch interessiert, ist unten in der Beschreibung ein Link. Und ansonsten seht ihr schon, hier ist ja als nächstes meine Maus. Meine geliebte Rocket Cone Gaming Maus habe ich auch schon seit drei Jahren. Habe ich nämlich damals mit der Tastatur bestellt. Ich bin unglaublich zufrieden mit dieser Maus. Die ist richtig geil. Hat mir jahrelang treuen Dienst erwiesen. Und jetzt gerade vor anderthalb Wochen ist das Mausrad oder beziehungsweise die Achse des Mausrads kaputt gegangen. Ich benutze die gerade jetzt noch zum Schneiden. Ist ein bisschen doof, zum Beispiel beim Scrollen oder so. Funktioniert natürlich nicht. Allerdings habe ich von Rocket, oder beziehungsweise ich bekomme jetzt von Rocket, eine neue Rocket Cone XTD gesponsert. Das ist der Nachfolger meiner Rocket Cone. Richtig genial. Einfach nur Verbesserung. Und ich bin schon mit meiner Rocket Cone richtig zufrieden gewesen. Nochmal ein riesig großes Dankeschön an Rocket. Die konnte ich jetzt hier leider noch nicht vorstellen, weil das Video habe ich jetzt am 8. gedreht. Und da ist die Maus noch nicht da gewesen. Ich werde aber bald ein ganz eigenes Video, ein ganz eigenes Review zu der neuen Rocket Cone XTD machen. Also wenn euch das interessiert, dann müsst ihr einfach nur meinen Kanal weiterhin abonnieren. Und dann werdet ihr das Video bald sehen. Und ansonsten nochmal danke an Rocket. Und auch die Rocket Cone, bzw. die Rocket Cone XTD, was ja nur eine Verbesserung ist. Ist eine richtig geile Maus. Also wenn ihr eine Maus zum Zocken braucht, kann ich euch generell nur diese Maus empfehlen. Und ja, das meine ich aber auch wirklich so. Das habe ich auch schon vorher so gesagt. Auch bevor ich von Rocket da so ein bisschen gesponsert wurde. Aber trotzdem nochmal danke an Rocket. So, als nächstes, mein Mikrofon ist das The T-Bone SC450 USB. Daran spreche ich auch gerade. Also hört ihr schon die ganze Zeit meine Stimme. Finde ich, ist ein richtig geiles Mikrofon. Ich benutze hier jetzt auch gerade einen Popfilter. Das heißt, wenn ich P, K oder T sage, hört man das nicht so laut poppen, wie man das normalerweise, also dieses Klackgeräusch, wie man das normalerweise hören würde. Habe ich jetzt hier aber gerade weggemacht, weil das einfach nur so ein schwarzer Kreis ist. Den wollte ich euch jetzt nicht unbedingt zeigen. Und ja, deshalb SC450 ist ein bisschen teuer. Wenn ihr aber eine vernünftige Qualität braucht oder so, gerade zum Beispiel fürs Kommentieren, kann ich euch das Mikrofon auf jeden Fall empfehlen. Allerdings, wenn ich jetzt neu anfangen würde oder wenn ich mir jetzt ein neues Mikrofon kaufen müsste, würde ich mir wahrscheinlich einen Rode Podcast erholen. Das hat zum Beispiel der Dr. Pressure oder falls ihr den kennt, der Xbox Ahoy. Damit kriegt man meiner Meinung nach nochmal eine bessere Sprechqualität. Aber ich bin im Moment super zufrieden mit meinem Mikrofon, hat eine super geile Qualität. Schöne Bässe sind da drin und auch überhaupt kein Rauschen. Deshalb finde ich das ziemlich, ziemlich geil. Als nächstes kommt mein Headset. Das ist das SteelSeries Siberia V2. Das benutze ich immer zum Skypen oder natürlich auch zum Zocken. Leider, leider, was ziemlich doof ist für YouTuber, ist das Mikrofon nicht wirklich gut. Das ist, für ganz normales Zocken ist das eigentlich vollkommen in Ordnung. Man versteht einen. Aber wenn man wirklich YouTube-Qualität oder eine vernünftige Qualität bieten will, man kann es verwenden, aber es ist nicht wirklich gut. Deshalb ist das so das Einzige, was mich im Moment ein bisschen daran stört. Was aber cool ist, man kann das Mikrofon in die Ohrmuschel so reinschieben wieder und dann hat man ein ganz normales Headset. Also zum Beispiel fürs Musikhören in der Bahn oder so. Aber naja, ich werde mir irgendwann mal ein neues Headset holen, zum Beispiel zum Aufnehmen von Battle Objective oder so, damit ich da nicht mein Mikrofon benutzen muss. Also mein richtiges Großmembahn-Mikrofon, was halt ein bisschen schwierig ist immer. Naja, auf jeden Fall kann ich trotzdem fürs Normale zocken, kann ich jedem normalen Menschen mein Headset auf jeden Fall empfehlen. So, als nächstes, ihr seht schon, meine Xbox 360 Slim mit 250 GB Speicher. Habe ich jetzt schon seit fast einem Jahr, habe ich damals gegen die PlayStation 3 getauscht und ich bin immer noch vollkommen zufrieden mit der Entscheidung, spiele immer gerne mit der. Habe allerdings auch immer noch, glaube ich, nur drei Spiele und zwar die beiden Spiele, die dabei waren in der Box. Und zwar ist das Skyrim und Forza Motorsport 4, glaube ich. Lass mich nicht lügen, ja, ich glaube schon. Und halt Black Ops 2, mehr habe ich gar nicht. Aber mehr brauche ich auch nicht und ich kann damit super zocken und bin einfach noch relativ, also bin immer noch ziemlich zufrieden damit, dass ich die getauscht habe gegen meine PlayStation 3 damals. So, als nächstes, falls euch das interessiert, weiß ich ja gar nicht, ein ganz normales, stinknormales iPhone 4 mit 16 GB. Ganz wichtig ist die Twitter-App da oben. Wer nicht Twitter hat, hat richtig was verpasst, solltet ihr euch auf jeden Fall mal anlegen. Bin super zufrieden mit meinem iPhone nächstes Jahr, also wahrscheinlich ungefähr in einem Jahr, jetzt im Moment kommt ja das iPhone 5S raus, jetzt im Herbst. Danach, in dem Jahr, werde ich mir wahrscheinlich ein neues Handy holen, weil das dann, glaube ich, schon drei oder so Jahre alt ist. Und dann wird es wahrscheinlich ein Android werden, weil ganz viele meiner Freunde immer sagen, boah, Android ist so toll und ich werde mich dann einfach nochmal ganz genau informieren, welches Handy wirklich besser ist. Möchte jetzt hier gar keinen großen Krieg da oder so heraufbeschwören, aber im Moment bin ich zufrieden mit meinem iPhone und vielleicht wird es bald ein Android. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So, als nächstes, das wird bestimmt ganz viele von euch interessieren, mein Gamer-PC, das Herzstück quasi meines großen, meiner Zockerbude, meiner Einsatzzentrale, ist mein Gaming-PC. Und zwar habe ich den ausgestattet selber, also alle Komponenten selber bestimmt. Und zwar, Intel Xeon E3 ist der Prozessor, Radeon HD 7850 habe ich verwendet, 16 GB RAM, was ziemlich viel ist, was man aber braucht, zum Beispiel fürs Videorendern, was ich ja viel mache. Und eine SSD, zum schnellen Booten, 128 GB. Da habe ich dann zum Beispiel Windows draufgelegt und wenn ich dann den PC hochfahre, geht das richtig schnell. Oder zum Beispiel die Programme, die ich ganz oft verwende, habe ich auch darauf installiert. Dadurch ist die Reaktionszeit viel höher und man kann halt, ne, die Reaktionszeit ist geringer und dadurch kann man viel besser zum Beispiel booten oder irgendwelche Programme schnell starten. Ist auf jeden Fall ziemlich geil und ich bin jetzt auch schon ziemlich lange mit dem hier unterwegs, mit dem PC. Wenn euch irgendwas dazu interessiert, so ganz genaue, detaillierte Infos, ich verlinke in der Beschreibung ein Video dazu. Und da in der Beschreibung ist dann alles genau verlinkt, jede einzelne Sache, die ich bei dem PC verwendet habe. Und dann könnt ihr euch das quasi alles angucken. So, als nächstes noch ganz kurz, das ist mein DLAN Stromadapter. Darüber kriege ich Strom, damit ich zum Beispiel durch die Wand nicht WLAN verwenden muss, aber auch kein Kabel verlegen muss. Klingt komisch, ist aber so. Ich habe hier hunderttausender Internet von Unity Media, richtig geil. Fünftausend Upload, auch richtig geil. Und ja, wie gesagt, ist ein ganz normaler D-Link Adapter, kann ich auch unten verlinken. Und genau, wenn euch das hier interessiert, ich habe das Ganze gefilmt mit meiner DSLR, mit der Canon EOS 600D, teilweise auch, wie gesagt, mit einem Stativ. Ja, Canon EOS 600D habe ich noch gar nicht so lange, werde ich aber zur Gamescom mitnehmen und da viele Videos machen, könnt ihr euch also drauf freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat mit den ganzen Schnitten, wie gesagt, es war unglaublich aufwendig. Ich habe da, boah, bestimmt 20 Stunden oder so an den Schnitten und an dem Aufnehmen und alles dran gesessen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen nach oben, würde mich unglaublich freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt auch bitte vielleicht einen Kommentar oder so, also schreibt irgendwas. Oder wenn ihr eine Frage habt, ich werde alles beantworten, dann einfach unten rein. Und ansonsten, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, abonniert doch meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Cynex.